Herzlich Willkommen! In diesem Video gebe ich eine kurze Einführung zum Thema Rollenlager. Rollenlager sind Welslager mit Zylinder, Kegel, Tonnen oder Nadelrollen als Welskörper. Durch die linienförmige Kontaktfläche der Rollen können erhöhte Traglasten aufgenommen werden. Zudem werden die Lager nach Art der Krafteinwirkung, den sie gut standhalten, unterschieden. Man unterscheidet zwischen Radial- und Axialrollenlager. Radialrollenlager sind für radiale Belastung ausgelegt. Das bedeutet, dass diese Lager gut die Kräfte senkrecht zur Wellenachse aufnehmen können. Axialrollenlager werden dort eingesetzt, wo vermehrt axiale Kräfte aufs Lager wirken. Das heißt, dass diese Lager große Kräfte parallel zur Wellenachse aufnehmen können. Zu den Rollenlagern gehören das Zylinderrollenlager, das Nadelrollenlager, das Kegelrollenlager und das Pendelrollenlager. Zylinderrollenlager bestehen aus Zylinderrollen, die gut stoßartigen Belastungsstand halten. Zylinderrollenlager für Radialbelastung gibt es als Fest- und Loslager. Sie halten erhöhten Radiallasten und als Festlager vereinzelten Axiallasten stand. Es sollte darauf geachtet werden, dass Momente und Ausrichtungsfehler möglichst vermieden werden. Axialzylinderrollenlager gibt es als ein- oder zweiseitig wirkende Lager, die in eine oder beide Axialrichtungen belastet werden können. Nadelrollenlager sind auf Basis der Zylinderrollenlager aufgebaut, nur dass deren Rollkörper, die Nadelrollen, viel schmalere Radien aufweisen und somit eine sehr flache Bauhöhe erlauben. Sie werden für geringdimensionierte Anwendungen, die eine steife Führung mit hoher Traglast fordern, eingesetzt. Bei besonders begrenzten Bauraum kann ein Nadelkäfig auch direkt auf den gehärteten Laufflächen der Welle und Bohrung platziert werden. Nadellager für Radiale Lasten halten hohen Drehzahlen stand und werden dort eingesetzt, wo der Bauraum für Zylinderrollenlager nicht ausreicht. Axialnadellager können je nach Ausführung axiale Traglasten ein- oder zweiseitig aufnehmen. Kegelrollenlager besitzen Welzkörper in Form von Kegeln. Der kegelförmige Lauf schafft eine sehr gute Aufnahme von kombinierten Kräften. Es können hohe Radiale und einseitig wirkende Axialbelastungen aufgenommen werden. Eine erhöhte Aufnahme von Momentbelastung, beidseitige Axialbelastung und eine steife Führung kann mit einer paarweisen Anordnung erreicht werden. Pendelrollenlager bestehen aus zwei Reihen Tonnenrollen. Dadurch bieten sie eine sehr hohe Radiale Tragfähigkeit und eine gute Axiale Belastbarkeit. Der Außenring ist zwerisch nach innen geformt und umschließt die Tonnenrollen passgenau. Somit können Ausfuchtungen und Fehlstellungen der Welle durch die pendelartige Ausrichtung des Lagerinnenrings ausgeglichen werden. Dadurch eignet sich das Pendelrollenlager ideal für Anwendungen mit stoßartigen und dynamischen Belastungen, die vermehrt in radiale Richtungen auftreten. Dies war eine Übersicht zu den Rollenlagern. Im weiteren Videos erfahren Sie mehr über Welle Lager. Im weiteren Videos erfahren Sie mehr über Welle Lager.